Willkommen hier bei Profischnack.de im Schaurum in Empfingen. Heute habe ich eine wunderschöne, kleine, zierliche, kubische Gruppe für Sie. Und zwar das Modell Willi Schillig, Super 9890 Loop, als Sofa-Gruppe, zweiteilig in Leder Longlife, Set 5921 Stone, aus einem Kundensterno. Sie haben hier einen tollen Seeds-Komfort, eher fest mit Federkern und Nossack-Unterfederung. Sie haben eine ganz klassische Optik und Sie brauchen bloß 1,73 Meter für das große Sofa und 1,40 Meter für das kleine Sofa. Wenn Sie die Tiefe von 90 Zentimeter dazurechnen, haben Sie den gesamten Platzbedarf. Eine tolle kleine Garnitur, pflegeleicht für eine kleine Familie oder auch für eine größere. Sie können auf dem großen Sofa wunderbar liegen, die Arme ist tief, da kann ich auch so liegen. Aber auch auf dem kleinen Sofa geht das. Sie können relaxen, haben einen wunderbaren Sitz-Komfort, auch für Rückengeschädigte. Und Sie haben eine Form, die nie aus der Mode geht. Schöne, dezente Füße, eine tolle Lederfarbe, die auch zu Holz wirkt, hier zum Beispiel zu diesem Holzparkett. Und einen super Preis. Der Preisverteil ist heiß. Ich habe eine Garnitur, genau die. Wenn Sie zuschnappen wollen, würde es mich freuen. Schauen Sie sich das Ding an, kommen Sie vorbei in Empfingen. Oder schauen Sie es sich im Möbelhandel an und schnappen Sie dann bei uns zu. Würde mich freuen. Und wenn Sie Fragen haben, proben Sie mich an, ich helfe Ihnen gerne. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.